Ein Sturm der Unterdrückung zieht auf. Die hohen Herren wollen uns loswerden. Doch für die Freiheit nehmen wir den Nervenkrieg in Kauf und schicken ihm den Hagel der Beschwerden. Artikel 13 heißt die vermeintliche Pest, die es auf ewig zu bekämpfen gilt. Die hohen Herren stellen uns vor einen Test. Unsere Stampede wird höllisch wild. Wie Zogen reist durch Köln, Frankfurt und München in Berlin, folgt die finale Schlacht. Freies Internet für alle ist, was wir uns wünschen, auf das unsere Taten uns zu heilen macht. Wir sind die Netzwerkrecken und sagen Nein. Wir gehen auf die Straßenschreibverbote kurz und klein. Wir sind die Netzwerkrecken und sagen Nein. Wir gehen auf die Straßenschreibverbote kurz und klein. Wir sind die Netzwerkrecken und sagen Nein. Wir gehen auf die Straßenschreibverbote kurz und klein. Wir sind die Netzwerkrecken und sagen Nein. Das Internet soll frei sein.